Hey zusammen, hier ist wieder Tobi aka Topmaster. Wir spielen eine Runde Disney Speedstorm wieder in der neuen Season Lilo & Stitch und schauen uns die neue Strecke an und zwar diesmal Ocean Vistas. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Let's go! So. Okay, sehr, sehr cool. Hier haben wir gleich eine Kurve. Und hier haben wir jetzt auch, glaube ich, gleich wieder unseren bekannten Abschnitt. Ob oben oder unten. Jetzt wurde ich hier gerade irgendwie abgeballert. Ne, ich bin in ein Hindernis tatsächlich gefahren. So, jetzt geht es einfach mal hier oben lang. Oh. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Jetzt runtergefallen. Aber das Gute ist, dafür wird man nicht unbedingt bestraft. Man kann auch einfach hier weiterfahren. Hier hat man jetzt ein bisschen umgebaut. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr scharfe Kurven. Auch hier wieder. Oh. Sehr, sehr krass. Ach. Yo. All das ist auf jeden Fall krass. Vor allen Dingen, wenn du dann noch Hauffreude hast, die dich hier in die Ecke drängen und dann wegbouncen. Na, Prost, Mahlzeit. So. Wir haben ja wieder scharfe Kurven. Und jetzt kommen wir hier gleich wieder an die Abzweigung. Und ich würde sagen, was? Da ist gerade ein Paket gedroppt und ich bin direkt reingefahren. Wir nehmen jetzt wieder die Variante hier unten. Das Gute ist natürlich, wenn man unten langfährt, hat man ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wenn da sowas passiert wie jetzt mit den Paketen, kann man natürlich hier vielleicht auch ganz gut ausweichen. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr nice. Natürlich kann man jetzt hier auch rüberspringen über die Rasenflächen. Ah, hier wieder eine scharfe Kurve. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, wir haben mit der neuen Ziefen-Dielung-Stitch wirklich abgefeuert. Wirklich abgefeuert. Nice. So Leute, das war die Strecke Ocean Vistas. Hinterlasst mir mal einen Kommentar, wie euch die gefallen hat. Mir hat sie auf jeden Fall gut gefallen. Wir sehen uns ganz schnell wieder hier auf meinem Kanal. Das ist Tobi aka Topmaster. Haut rein!